In zwei vergangenen Videos habe ich so ein 10x10 Raster gegeben und dazu die Frage gestellt, wie viele verschiedene Quadrate kann man hier einzeichnen. Im ersten Video dazu waren nur Quadrate erlaubt, die exakt auf den Rasterlinien gezeichnet sind, während im zweiten Video aber auch schräge Quadrate erlaubt waren. Das heißt, die Eckpunkte der Quadrate sollten auf den Kreuzungen der Rasterlinien liegen. Jetzt kommt natürlich die Auflösung dazu und eine Möglichkeit, wie man an diese Aufgabe hätte herangehen können. Fangen wir deswegen einfach mal mit dem einfacheren der beiden Probleme an. Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten von euch wussten, wie man zur Lösung kommt, dann aber zu voll waren, das auszurechnen. Auf jeden Fall, es ist ja jetzt so, dass bei diesem 1x1 Quadrat es 100 Möglichkeiten gibt, wo man dieses einzeichnen könnte. Oder anders aufgeschrieben, es gibt 10 Quadratmöglichkeiten. Mit diesen 10 Quadrat könnte man natürlich genauso argumentieren, es gibt 10 Möglichkeiten, dieses Quadrat horizontal zu positionieren, aber auch 10 Möglichkeiten, es vertikal zu positionieren. Heißt, 10x10 Möglichkeiten, ergo 10 Quadrat. Genauso wäre es aber auch bei diesem 2x2 Quadrat. Das hat nämlich 9 Möglichkeiten für die horizontale Positionierung und 9 Möglichkeiten für die vertikale Positionierung. Ergo 9 Quadrat oder 81 Möglichkeiten. Das Ganze macht man jetzt noch für die restlichen Quadrate, da funktioniert es genauso. Und anschließend hat man als Rechnung die Summe der Quadratzahlen bis 10. Bei der Rechnung habe ich so ein bisschen Verständnis dafür, dass man dazu faul ist, das in den Taschenrechner einzutippen. Es kommt auf jeden Fall 385 Möglichkeiten raus. Dieses Muster, was man da jetzt entdeckt hat, kann man natürlich noch verallgemeinern. Und zwar, wenn man sich einfach mal ein n mal n großes Raster vorgibt, wäre die Lösung bei derselben Problematik, nämlich einfach die Summe der Quadratzahlen bis n Quadrat. By the way, solche Summen lassen sich oftmals auch sehr viel einfacher ausrechnen. Diese beispielsweise kann man sehr leicht auch so ausrechnen. Da muss man nämlich nicht eine was weiß ich wie große Summe ausrechnen, sondern einfach nur n einsetzen und man hat das Ergebnis. Jetzt kommen wir auf jeden Fall mal zum spaßigen Teil. Und zwar erlauben wir jetzt auch schräge Quadrate. Für diese machen wir uns mal folgende Überlegung. Wenn wir uns ein beliebiges schräges Quadrat schauen, beispielsweise das, dann können wir drumherum ein nicht schräges Quadrat zeichnen, was alle vier Eckpunkte des schrägen Quadrates berührt. Da können wir jetzt nämlich sehen, dass dieses schräge Quadrat genauso oft in das Raster passt, wie das nicht schräge Quadrat. Und das hat jetzt nämlich so grob gesagt den Vorteil, dass wir uns die ganzen schrägen Quadrate nicht separat anschauen müssen, sondern das Ganze auf die nicht schrägen Quadrate zurückführen können. Unser nicht schräges Quadrat ist ja jetzt hier beispielsweise 7 mal 7 groß. Und in dieses nicht schräge Quadrat passen jetzt sechs schräge Quadrate rein, bei denen auch wieder die Eckpunkte auf dem nicht schrägen Quadrat liegen. Heißt, wir haben sechs schräge Quadrate und noch dieses eine nicht schräge Quadrat, die jetzt natürlich nicht alle dieselbe Größe haben, aber jeweils genauso oft wie die anderen in das Raster reinpassen. Heißt, während wir vorher drei Quadrat-Möglichkeiten für dieses 7 mal 7 Quadrat hatten, gibt es jetzt 7 mal 3 Quadrat-Möglichkeiten. Das Ganze können wir für die anderen Quadrate natürlich noch genauso machen. Machen wir es deswegen beispielhaft nochmal für ein 3 mal 3 Quadrat. In dieses 3 mal 3 Quadrat passen jetzt zwei schräge Quadrate rein, heißt, für diese Größe gibt es wieder drei Möglichkeiten. Von vorher wissen wir natürlich, für dieses 3 mal 3 Quadrat gibt es 7 Quadrat-Möglichkeiten und jetzt gibt es eben 3 mal 7 Quadrat-Möglichkeiten. Wenn es an dieser Stelle noch etwas kompliziert sein sollte, dann pausiert gerne das Video, denkt ein wenig drüber nach oder schreibt es mir einfach in den Kommentaren und wir können da noch ein bisschen drüber schreiben. Auf jeden Fall erhalten wir aus dem Ganzen dann diese Rechnung, aus dem wir uns dann 1210 Möglichkeiten errechnen können. Und wenn man sich die Rechnung jetzt im Nachhinein nochmal anschaut, erkennt man natürlich auch hier ein Muster und könnte auch das dann wieder verallgemeinern. Wenn man es nämlich tun würde, würde man so eine Summe mit einem beliebigen n erhalten und wenn man das Ganze auch wieder vereinfachen würde, würde man diesen Term erhalten. Auch bei ihm könnte man genauso jetzt die Rastergröße für n einsetzen und würde als Wert des Terms eben die Anzahl der Möglichkeiten erhalten. Wie man jetzt genau von der Summe auf diesen Term kommt, erkläre ich jetzt nicht. Falls es euch interessiert, probiert es gerne selbst aus. Andernfalls schreibt es mir einfach auch in die Kommentare. Aber auf jeden Fall, was ihr machen solltet, wenn ihr die Aufgabe nice fandet, liked das Video und lasst auch ein Abo da, falls ihr es nicht schon getan habt. Ich will euch auf jeden Fall noch folgendes als Funfact mitgeben. Diese Aufgabe wurde uns an der Uni gestellt und dann sollten wir auch noch die Frage beantworten, wie ein ZIP-Klässler diese Aufgabe lösen könnte. Und was ich so noch gar nicht erwähnt hatte, bei uns damals war es ein 100x100 Raster. Falls euch interessiert, was die Antwort auf diese Frage ist, schaut euch einfach meine nächsten Shorts an. Da wird es auf jeden Fall dabei sein. Und für die unter euch, die das interessiert, ich gebe hauptberuflich Mathe-Nachhilfe. Deswegen schaut gerne bei meiner Website vorbei. Dort könnt ihr auch kostenlos eine Probestunde buchen.